Wie habe ich beschrieben, als ich genau da war, wo ihr jetzt seid? Nämlich im Publikum, ich stand vor der Bühne und dann oben mein Idol, damals mein Idol zugeschaut und mir dachte, da will ich hin. Das will ich auch, ich will auch mal irgendwann da oben auf der Bühne stehen. Das ist mein Traum. So heißt der Song, My Dream. Eins wollte ich immer noch mal wissen. Wer war das eigentlich, den du da mal auf der Bühne gesehen hast? Peter Maffei. Das ist mein Idol. So bist du, 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 du. Da muss ja mal eine andere Band kommen. Christoph Rock, Peter Maffei, spiele dort. Aber hier und heute Maffei Country und spielen My Dream. Okay, anybody ready? Josie, Josie. Okay, ready? Ja, wir könnten dann jetzt. Ready to rum. One, three, two, one, two, one, two, five. When I was young, I went to a concert And played life my first time Played the kind of songs I was written And my dream was born And my dream, my dream was born And my dream, my dream was born Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ain't gonna stop, but I tried that again Now I'm standing there